Wenn man einen Kochlöffel auf dem Herzen trägt, dann muss man auch Spaß mit den Leuten haben, mit denen man zusammenarbeitet. Genau das ist hier gegeben. Mein Name ist Florian Skoda, bin seit 17 Jahren als Koch tätig. Seit vier Jahren begleite ich den Posten des Küchenchefs. Ich versuche hier mit meinem Charme und Esprit hier so ein bisschen Lockerheit in die Küche zu bringen in den rauen Alltag. Mein Name ist Anja Hayes-Hengsler. Ich bin gelernte Restaurantfahrfrau und führe seit 2012 das Restaurant Landwirtschaft in Billischiefbahn auf dem Berderhof. Ich bin jeden Abend aktiv, auch mit dem Service und natürlich auch das Gewicht des Restaurants. Uns zeichnet aus, dass wir sehr hofeigen agieren. Wir haben unser eigenes Rindfleisch. Alles, was vom Feld kommt, wird bei uns verarbeitet. Bei uns wird immer frisch gekocht. Wir verzichten fast komplett auf Convenience. Wir versuchen weitestgehend alles aus der Nachbarschaft, also regional zu beziehen. Geflügel aus Anrad, die Schweine auch aus Schiefbahn. Der Herr Hayes, der den Hof betreibt, ist auch Jäger und es kommt nicht selten vor, dass hier mittwochs morgens bei Dienst antritt, einfach mal drei Wildschweine im Kühlhaus hängen. Wir sind davon überzeugt, dass Wild wirklich das gesündeste Fleisch ist. Die Tiere, die durften sich ihr Leben lang aussuchen, was sie fressen, haben nie eine Spritze oder ein Medikament gesehen. Wir sind auch bekannt für den Spargel. Das ist ein anerkannter Spargelhof. Das sind so die Grundpfeiler. Das macht die Küche vor allen Dingen aus. Besonders stolz sind wir natürlich auf unsere offene Küche mitten im Restaurant, das Herzstück. Und dadurch ist es natürlich gegeben, dass das Team in der Küche und das Serviceteam eng zusammenarbeiten können und der Kontakt immer gegeben ist. Jeder weiß, was der andere macht. Es läuft Hand in Hand. Transparenz ist uns sehr wichtig, deshalb auch die offene Küche. Mit dem Grundgerüst und der modernen Küche ist das Konzept eigentlich so vollkommen. Wir sind ein junges Team, motiviertes Team. Wir suchen daher auch motivierte Mitarbeiter, die unser Team verstärken können. Wir suchen aktuell einen Chef der Party auf dem Posten des Und-Mikis. Wir wurden bisher jedes Jahr von verschiedenen Fachzeitschriften ausgezeichnet. Da sind wir schon stolz drauf und wir dürfen uns auch mittlerweile zu den 500 besten Restaurants in Deutschland zählen. Wir suchen immer freundliches, motiviertes, flottes Personal, die uns unterstützen. Wir sind gerne bereit, übertariflich zu entlohnen, um ein gesundes Team aufzubauen und auch zu halten. Folgt uns doch einfach auf Instagram und Facebook, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Da halten wir euch immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal.